Rising number of Chinese Asian Faces Hollywood Vor 6 Tagen Das ist genau das, was ich suche Muss ich direkt auf Band festhalten Der Tino hat 3 Angebote gleichzeitig gehabt und nimmt das, wo es am meisten Geld gibt So ein scheiß Kapitalist So läuft Tinder bei mir Was ist dann da los? Tino, ich dachte du hast linke Ideale Also, einmal ganz von vorne Kiel das Kapital Ich habe 3 Vorstellungsgespräche geführt, damit ich richtig arbeiten kann Nach meinem Studium, nach 12 Semestern Und ich habe alle 3 Stellen bekommen Und habe mich dann für die entschieden, wo es das meiste Geld gab Für die wenigsten Arbeitsstunden Einfach, weil ich schlau bin Oh Tino, da hast du aber lange an so einem Reißbrett gestanden, oder? So ein Whiteboard, hast so Fäden miteinander verbunden und so Oh, warte mal da, am wenigsten Zeit Am meisten Geld Ich erkenne da was Nein, das stimmt nicht, da ich jetzt noch eine öffentliche Figur bin Ich habe mich dafür entschieden, was mich am meisten interessiert und wo ich nebenbei auch noch als Schauspieler arbeiten kann Das war ausschlaggebend Dass ich zum einen davon leben kann Und dass ich flexibel arbeiten kann Das kann mir die Arbeitsstelle, die ich nicht verraten darf, noch nicht Kann mir das einfach bieten Da kann ich flexibel sein, habe Gleitzeiten Gleitzeiten? Ja Hast du die auf Tinder auch manchmal? Zum Reinkleiten Richtig Die Reinkleidzeiten Schön Das ist doch schön, aber das ist nicht unser Thema Unser Thema ist eher so Hongkong, China, Einflüsse auf den Westen, über Chile Wir haben es angekündigt als China, Chile, Schiller Die heilige Dreifaltigkeit Oder hatten wir schon Chile schielt nach China oder so oder anderswo? Können wir auch machen, Chile schielt wirklich nach China so ein bisschen Deswegen Chile ist Aufmarsch Richtig, wenn wir mal Kopfhörer aufsetzen, weil ich bin ein bisschen heiser Heiser, Minelli Ja, ich war ja ein bisschen krank und bin jetzt wieder so richtig am Durchstarten Das kenne ich von dir gar nicht, dass du mal irgendwie kränklich bist oder dass du mal irgendwie schlecht geschlafen hast oder so Also schlecht schlafen tue ich sehr oft, aber dass ich krank bin, das kommt nicht mehr so oft vor wie früher Okay Tatsächlich Na gut Ja, also Greywolf hat auf jeden Fall gebeten, dass wir nochmal über Hongkong reden, dass wir nochmal über China reden Einfluss auf den Westen, das finde ich eigentlich am spannendsten, weil wir das auch bis jetzt am wenigsten zum Thema gemacht haben, wie China wirklich Einfluss auf den Westen nimmt Ich bin ein bisschen besorgt, dass wir vielleicht zu viel sagen, was wir schon in Brennpunkten gemacht haben Ich habe ja, das war ja mein Leidensthema jetzt seit drei, vier Monaten China hier, China Ja, vier Monate habe ich da ja wirklich die Faust in all mögliche Rechten reingesteckt Aber können wir gerne nochmal drauf eingehen Für mich ist er fasziniert, lass damit am besten mal anfangen Wir fangen auch mal für die an, die noch gar nichts wissen Über die Chinesen und über die Chilinesen In China sind sehr viele Menschen China ist ein sehr großes Land Und China hat, wenn es nach China geht, mehr Landmasse, als wenn man die jeweilige Landmasse fragt Namentlich Taiwan, Hongkong quasi auch und Tibet Ich verwechsel das immer wieder, man Tibet und Tibet auch? Naja, doch, ich glaube Tibet Es gibt da so zwei kleinere Himalaya-Gebiete und ich verwechsel die immer wieder Ich hoffe, ich sage jetzt nichts ganz Falsches Frag mich nicht So, und Taiwan sagt es von sich, wir sind unabhängig China sagt, nee, Taiwan, das gehört zu uns Äh, Tibet, fuck man Das ist schon wieder peinlich, schlecht vorbereitet Das müsste eigentlich, autonomes Gebiet Tibet, chinesische autonome Region Für mich war in der Schule nicht nur Bioabfall, auch Geovaabfall Ja Habe ich nicht verstanden, diese ganzen Ah, Nepal, mit Nepal verwechselt man das gerne mal Ah, also Nepal gehört zu China Nee Ich hatte schon recht Achso, also doch Tibet Ja Nepal ist unabhängig auf jeden Fall Und Tibet Toll Eigentlich auch, aber China sagt nein China sagt bei vielen Sachen nein Schade Ja, und genau, Hongkong ist vor über vier Monaten auf die Straße gegangen Mit bis zu vier Millionen Menschen zur Höchstzeit Hat fünf Forderungen Könnt ihr alle nachlesen Ich habe sie jetzt nicht auswendig Auf jeden Fall Sie wollten, dass das Gesetz Abgeschafft wird Was sagt, dass Leute an das Hauptland China Man in China Also an Ja, an Beijing quasi ausgeliefert werden können Wenn sie Kritisch sich äußern Auf Hongkong-Boten Auch könnten das Ausländer sein Das hatten wir auch zum Thema Also wenn ich jetzt nach China reisen würde Würde ich sofort weggekascht werden können Weil ich mich mal kritisch geäußert habe So Das sagt quasi dieses Gesetz Dieses Gesetz ist mittlerweile vom Tisch Aber es gibt noch vier andere Forderungen Nämlich, dass die Die Gefangenen freigelassen werden Von den ganzen Protestern Dass man zurücknimmt Zu sagen, dass das Riots sind Also Aufstände Sondern, dass es halt Demonstrationen sind Und noch zwei andere Die ich jetzt Ja, Carrie Lam soll noch zurücktreten Und dann gibt es noch eine Forderung Genau, dass die Polizei Unabhängig von sich selbst Untersucht wird Weil es ist immer so dieses Bekannte Ding Wir haben uns selbst untersucht Und wir haben leider Kein Problem finden können Also machen wir weiter Wie bisher Das macht auch das US-Militär Ganz gerne mal Aber zum Thema Riots Es gab ja schon So ein paar kleine Riotschen Ja, aber was sind denn Riotschen? Wenn du da vier Millionen Leute Auf der Straße hast Und davon tausend Ein bisschen Tumult machen Ja, so ein bisschen Dann kannst du nicht sagen Dass diese vier Millionen Leute Alles Aufständige sind Nein Das sind Demonstranten Ja, aber es gab ja Nur mal kleine Aufständchen So ein bisschen zumindest Ja Aber auch gerechtfertigte Aber die Hongkong-Polizei Macht, was sie will Ich habe auch diese Woche Wieder so krasse Videos Teilweise gesehen Da ist halt ein Typ zum Beispiel Der fragt einfach nur eine Frage Er fragt einfach nur Den Polizisten irgendwas Und kriegt direkt Pfefferspray genau ins Gesicht Ja Schön ins Auge Nachwürzen so Ja Geht das eigentlich Pfefferspray auf Ins Essen Weiß ich nicht Aber ist Pfefferspray Wirklich mit Pfeffer Oder ist das nur so Weißt du so ein geflügeltes Wort Oder so ein Euphemismus Vielleicht ist der Aids drin Weil es zu scharf ist Ja Oder Chili Ich guck mal was Das weiß ich gar nicht Pfefferspray Pfefferspray Inheizstoffe Wasser Zucker Pfeffer Ist ein Sprühdosen Unterdruck vorliegender Kontrollierend Austreibbarer Reizstoff Mit dem Von Pflanzen Der Gattung Guck mal Da ist nämlich kein Pfeffer Shortcards Für Wikipedia Nein Lass mich in Ruhe Das ist ja witzig Demonstration Des Einsatzes Von Pfefferspray Bei einem Sicherheitstraining Der Gattung Capsium Gewonnen Wirkstoff Caps Ist das nicht das Was scharf ist Der gegen Menschen Und Säugetiere wirkt Es wird in den meisten Fällen Zur Selbstverteilung Gegen Haushunde Blablabla Ja also Capsium Ich hatte mal Capsicum Ich hatte mal Nachdem ich so Probleme Paprika Ja Also doch Pfeffer So ein bisschen Ja Ich hatte mal Als ich Probleme mit Nazis hatte Als sie mich Eine Zeit lang Wirklich Terrorisiert haben Hab ich mir auch Pfefferspray Bestellt Und dann stand Aber auf der Hülle drauf Nicht gegen Menschen anwenden Okay Und da dachte ich mir Hm Aber ich hab jetzt Keine Angst vor Kaninchen Ich will ja mich Vor Nazis verteidigen Oder auch vor starken Leuten Die mich irgendwie Anmachen wollen Da hab ich das dann Da hingeschrieben Per E-Mail An die Die es mir geschickt haben Da haben die dann gesagt Ja komm Beiden sie kriegen Ihr Geld zurück Da hab ich jetzt quasi Umsonst so zwei Pfefferspray Flaschen Dosen noch zu Hause stehen Aber Und dann ist dir das Loophole eingefallen Dass du ja gar nicht Findest dass Nazis Menschen sind Richtig Aber es ist ja nicht Nicht echt so Ich weiß nicht Ein Messer Ist ja auch nicht Für Menschen gemacht Wenn es für ein Messer So eine So eine Warnung gäbe Du meinst für den Einsatz Gegen Menschen Naja gäbe es ja auch Sicherlich ein Hinweis Nicht Menschen abstechen Ja Aber wenn ich jetzt in Gefahr bin Und ich mich verteidigen müsste Dürfte ich ja auch Theoretisch das Messer nehmen Um mich abzusichern Um mich zu wehren Dann dürfte ich ja eigentlich Auch das Pfefferspray Gegen Menschen Also ich glaube bei einem Messer wird es ja wesentlich leichter ausgelegt Dass es keine Notwehr war Als mit einem Pfefferspray Naja aber das ist ja auch Notwehr Das ist ja sogar die Notwehrwaffe die man kennt Es gibt Elektroschocker Und Pfefferspray in den meisten Fällen Ja Und gibt es denn speziell für Menschen Pfefferspray Das frage ich mich halt Ja müssen wir mal die Hongkong Polizei fragen Ich glaube die kennen sich da sehr gut aus Die nutzen das sehr inflationär gegen Menschen Schreibt uns mal in die Kommentare liebe Leute Ja auf jeden Fall Seit Monaten Jetzt wisst ihr auch Bescheid Wenn ihr es vorher nicht wusstet Seit Monaten geht es da rauf und runter in Hongkong Ich würde echt auch gerne mal hin bei solchen Sachen Aber ist egal Das ist auf jeden Fall der Ist-Zustand In Chile gibt es das jetzt auch In Libanon gibt es das auch Überall auf der Welt Gehen Leute auf die Straße Das finde ich schön Und demonstrieren gegen die Obrigkeiten Und fordern Sie gehen vor allem für Demokratie auf die Straße Ja Einfach sie wollen einfach mitentscheiden dürfen In Deutschland gehen die Menschen halt Gegen Menschen auf die Straßen Gegen ihre Mitbürger die friedlich sind Und die anderen Länder die machen was für Demokratie Oh fuck jetzt ist gerade BlizzCon Das haben wir gar nicht erwähnt Das haben wir im Dings gar nicht erwähnt Da können wir gleich überleiten BlizzCon ist Haben wir auch schon mal erwähnt Dass Blizzard Weil Blizzard hat einen Hearthstone-Spieler Rausgeworfen Und sein Preisgeld abgenommen Weil er sich pro Hongkong ausgesprochen hat Da auch hier zum Einfluss von Chile Auf die westliche Welt Und deswegen gab es sehr sehr viele Proteste Und es hieß Zur BlizzCon Die halt jetzt gerade leider ist Also vielleicht war es nicht so klug Das heute zu mal vielleicht Naja ist egal Wir vermuten einfach mal Also ich glaube es gibt Irgendein geiles Event Bei der BlizzCon Eine große Demonstration Und vor allem viele Winnie-Pooh-Kostüme Denn Die Leute Finden das witzig Xi Jinping mit Winnie-Pooh zu vergleichen Weil Der sagt Das mag ich nicht Er fühlt sich von einer Comic-Figur richtig angegriffen Da werden ja auch viele auftauchen Mit diesen komischen Mundschutz-Teilen Ja Was ja auch so ein Ding ist Mundschutz und Auge zuhalten Weil die eine Demonstrantin ihr Augenlicht verloren hat Im rechten Auge Aufgrund eines Ich glaube Gummigeschosses der Polizei Großartig Und das aber dann ins Positive zu drehen Und das zum Zeichen der Revolution zu machen Finde ich sehr nice Ja Aber was für mich halt auf jeden Fall so der Der größte Punkt ist Den wir auch meiner Meinung nach am wenigsten angesprochen haben Ist einfach mal der Einfluss von China auf die westliche Welt Das zum Beispiel Schau dir mal Star Wars an Hast du ja bestimmt gesehen Alle Teile Ja Worum ging es in Star Wars 7 Da ging es doch um Luke Skywalker Wie er Ähm Darth Vader Ähm Nein Wiedertrifft Und dann Darth Vader gibt es gerade gar nicht mehr Da muss ich dich enttäuschen Aber tatsächlich Teil 7 dreht sich darum Äh Dass Luke Skywalker gesucht werden muss Spoiler Mhm Oh ich warte gerade Ich glaube in dem Teil kommt die doch gar nicht vor Also es gibt in 8 auf jeden Fall Ich glaube in 8 wird die tatsächlich erst eingeführt Gibt es eine Figur Die heißt Rose Und die ist eine Asiatin Mhm Und da kann mir keiner erzählen Dass Rose nicht da eingefügt wurde Weil Der chinesische Markt sich freut Wenn Asiaten in Filmen sind Ist so Also so ein Quoten Chineser Ja Altwürdig Mhm Einfach nur damit man es dann besser vermarkten kann Da gibt es ganz viele Beispiele Ich guck mal ob ich das finde Äh vielleicht Ich weiß ja nicht ob In deinen Medien Weißt du in Theaterstücken zum Beispiel Dass da auch schon Asiaten nur besetzt werden Damit China sich freut über das Theaterstück Mhm Naja Das Theater ist ja sowieso immer voller Touristen auch Und was mir auffällt ist Dass die Das Musiktheater sehr stark asiatisch besetzt ist Dass das Ensemble auch vom DNT Sehr stark mit Asiaten besetzt ist Aber das ist ja einfach Aufgrund ihres Talents Und aufgrund der vielen Bewerbungen von Asiatisch aussehenden Menschen Ha Also das Musiktheater Wenn du in deinen Opern Fan bist Wirst du dir auffallen Dass sehr viele Rollen von Asiaten besetzt werden Ich muss schon wieder niesen Macht nichts Rising number of Chinese Asian faiths Hollywood Vor sechs Tagen Das ist genau das was ich suche Aber wo wir gerade von Theater gesprochen haben Mhm Ich habe jetzt von einer ehemaligen Lehrerin von mir Erfahren von einem Stück Wo man quasi so eine Art Gerichtssendung sieht Und am Ende des Ganzen muss dann das Publikum abstimmen Ob sie für schuldig oder unschuldig sind Sagt dir das was? Ich weiß leider nicht mehr wie es heißt Ich glaube es hieß auch irgendwas mit Schuld Letztes Jahr war ich in Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist Und das ist auch wie eine Gerichtshow Du bist also hier in Weimar warst so inszeniert Dass du Teil des Publikums warst quasi Also in diesem Gerichtssaal Ja Und du saßt rundherum quasi Das haben die hier im E-Werk inszeniert Und das war halt so ein Gerichtssaal Und dann war der Richter und die Angeklagten und sowas Haben dann in der Mitte gespielt Aber es gab nicht wirklich eine Interaktion Und es gab auch keine Umfrage Aber so die Richtung Das war für mich das erste Mal, dass ich was gehört habe Wo ich dachte, oha Nicht schlecht Da finde ich das Medium Theater auch sinnvoll Das gibt es ja auch Publikumsbeteiligung Dass da Leute auf die Bühne geholt werden Oder so Ja, das ist ja dann Scheiße Das ist so eine hässliche Zaubershow-Scheiße Ich meine schon, dass da Also wirklich, dass man so ein sehr ambivalentes Thema Vorgesetzt kriegt, ja Und quasi es gibt kein richtig und falsch Und dann muss das Publikum hinterher entscheiden Also welche Seite ist jetzt die bessere oder so Das finde ich schon sehr spannend Und wenn man das dann auch in verschiedenen Gesellschaftsschichten macht Das habe ich auch vergessen im Hauptpodcast Mich würde mal die Landtagswahlergebnisse nach Bildungsstand interessieren Ich glaube trotzdem, dass die Rechten auch viele Abiturienten als Wähler haben Aber meinst du, dass es prozentual sind es sehr viele Kluge oder also kluge natürlich in ganz großen Anführungsstrichen Es gibt auf jeden Fall Umfragen dazu Und ich bin auch befragt worden Als ich wählen war, gab es auch für mich so eine Umfrageplattform von ARD Da musste ich auch dann hinschreiben, wen ich gewählt habe Wie alt ich bin Was für einen Abschluss ich habe Bachelor Und sowas halt Und was für ein Geschlecht ich bin Und ja Aber ich habe es gesehen Ich habe es mir nicht gemerkt, wie jetzt die Verteilung war Also ich glaube halt wirklich, dass dumme Bauern Vielleicht sich leichter mitreißen lassen von sowas Es kann natürlich auch sein Die AfD zum Beispiel hat ja sehr viele auch Professoren einfach Also in den Mitgliederreihen Ja, aber ich glaube, dass man schon leichter da irgendwie mitschwingt Weil auf dem Dorf ist es ja eh schon so ein bisschen Ja, wir schotten uns ab und so Da ist ja diese Mentalität schon so ein bisschen Es ist schon eher so ein bisschen Intelligenz Also Bildungsferne auf Dörfern Das kann man schon so sagen Und ich komme ja auch aus dem Dorf Und ich weiß einfach, dass von meinen 800 Leuten, die ich da kannte Dass da die meisten so ein bisschen im eigenen Dorf gefangen waren Und nicht so rauskamen Nicht so den breiten Horizont hatten, ja Richtig Und ich kann mir schon vorstellen, dass solche Leute sich einfach sehr viel leichter von So simplen Lösungen für komplexe Probleme mitreißen lassen Und auf Dörfern ist die AfD auch sehr stark Und solche totalitären Parteien und Ansichten gehen da immer sehr gut Weil die Menschen halt nur Fernsehen gucken Oder das nur aus dem Fernsehen kennen die großen Probleme Und deswegen denken, wenn da wie die AfD kommt, dann machen die alles besser Ich überlege die ganze Zeit, welcher Film das noch war Es gab so einen richtig großen Film, wo so eine Ich weiß nicht, das Mulan-Ding hatten wir ja angesprochen Da gab es ja großen Boykott, weil die Schauspielerin scheiße war Die hat die Hongkong-Proteste auch schlecht geredet Aber das meine ich nicht Musste sie vielleicht, ne? Es gab so einen ganz großen Hollywood-Film, wo so eine richtig berühmte chinesische Schauspielerin drin war Und da hat halt auch, ich glaube, der Regisseur zugegeben, dass es halt nur ist, um sich diesem chinesischen Markt anbiedern zu können Weil die halt sehr beliebt ist in China Und wenn dann da so ein Film daherkommt, dann wollen die das natürlich alle sehen Und dann hast du halt potenziell 1,5 Milliarden Menschen, die deinen Film schauen Und das ist halt Money, Dollar, Cash Ja, das Gleiche gibt es auch beim Thema Wrestling gerade Dass sie in Saudi-Arabien so große Veranstaltungen machen, 2-3 Mal im Jahr Und in Saudi-Arabien werden ja Frauen nicht gut behandelt Da werden Homosexuelle exekutiert, also hingerichtet Und die WWE lässt sich halt kaufen und macht da ein paar Mal im Jahr Großveranstaltungen Wo dann die ganzen Wrestler dann da quasi arbeiten und wrestlen für die reichen Leute Und das macht die WWE, weil sie halt viel Geld bekommt Und dadurch können die sich auch so groß halten Aber es gibt auch trotzdem so 2-3 Wrestler, die aus Protest da nicht hingehen Die sich weigern, so die selber sehr links sind Oder einer ist auch syrischer Moslem, der darf da gar nicht hin Obwohl der auch ein Star ist, wird er ausgeschlossen aus der Großveranstaltung Und gestern war nämlich Crown Jewel, also am Donnerstag quasi Die Großveranstaltung in Saudi-Arabien, die habe ich gesehen Und sie durften zum ersten Mal in der Geschichte Frauen auftreten Auf einer großen Bühne und die haben quasi ein Match sich geliefert Und waren die vermummt in Saudi-Arabien? Sie mussten tatsächlich so Krollkragen tragen bis über das Handgelenk und zu den Füßen Aber hatten freie Haare und sowas und durften dann das Match worken Und das war ein großes emotionales Ding, weil zum ersten Mal Frauen da wrestlen durften Und da sagt die WWE jetzt immer, deswegen sind wir halt vor Ort, um den Leuten dort freiheitliche demokratische Verhältnisse zu liefern Und um ihnen zu zeigen, auch Frauen können das machen Und wir wollen denen zum Fortschritt verhelfen Aber natürlich geht es auch viel um Geld Ja, auf jeden Fall Man muss natürlich auch aufpassen Also zum einen heißt es da wahrscheinlich Ah, wir nehmen jetzt hier chinesische Leute rein Wegen der Diversität Ja Aber dann könnte man auch einen japanischen mit reinnehmen Warum muss es dann ausgerechnet ein chinesischer Schauspieler sein? Man weckt ab Also ich weiß auch, dass bei Filmproduktionen, dass dann halt die Produzenten viel Mitspracherecht haben Das sind die, die das Projekt finanzieren und die das halt tragen Und wenn die sagen, Leute passt auf, wir wollen auf den chinesischen Markt exportieren Seht mal zu, dass ihr eine Nebenrolle bekommt, die chinesisch ist Dass wir es besser verkaufen können Dann haben die da auch Mitspracherecht Und Diversität ist eher ein schwieriges Thema in Film und Theater Ich habe jetzt die Serie gesehen, The Politician auf Netflix, glaube ich Sagt mir gar nichts Wo jede Figur bisexuell zu sein scheint Und alle haben irgendwie, sind transsexuell, non-binär Und es ist schön, das zu sehen Aber es ist ein bisschen auffällig oft Also es spiegelt die Gesellschaft nicht wieder Was das andere, das Gegenteil ist von den Rosamunde-Pilcher-Filmen auf ARD Wo alle nur hetero und weiß sind Hallo, die guckt meine Mutter sehr gerne Meine auch, trotzdem ist das scheiße Ist das wirklich so? Ja, da Die Romane sind immer gleich aufgebaut Zur selben Minute, das Filmt und Stunde Kommt der erste Kuss und so Und es ist echt alles getimt Es sind immer weiße, heterosexuelle Leute, die da auftreten Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt trotzdem am höchsten Dass du, also, weißt du Ja, sicher Nimmst dir ein random Couple raus Und es ist wahrscheinlich hetero Also, die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher Ja Aber ich weiß nicht Aber hat die das irgendwie bewusst gemacht? Oder einfach, weil sie halt selbst heterosexuell ist, vermute ich Also, ich weiß nicht genau Rosamunde-Pilcher hat diese ganzen Dinger geschrieben Und es sind so Groschen-Romane, die aber verfilmt wurden Oder, ich weiß nicht genau, was es ist Aber meine Mutter sagt halt immer Oh, die neue Rosamunde-Pilcher-Kon Genau, das ist das Immer die gleichen Storys, immer die gleichen Handlungsstränge Ja, nein, es ist Da mache ich auch der Autorin keinen Vorwurf überhaupt nicht Weil die kommt erstens aus einer anderen Zeit Und zweitens Leben wir ja trotzdem noch in einer sehr heteronormen Welt Es ist ja auch was anderes, wenn du das unbewusst machst Einfach vielleicht, weil es deine Sozialisierung ist oder sonst was Oder ob du bewusst weißt Okay, wenn ich das jetzt mache, kommt es in China nicht gut an Also lasse ich das Und es spricht eben auch mehr Menschen an Das ist ja wieder Also, heterosexuelle Pärchen Sprechen die meisten Menschen an Weil die meisten hetero sind Und so machst du es dann auch Wenn du auf den chinesischen Markt springen willst Sorgst du halt dafür, dass du eine chinesische Hauptfigur hast Oder Nebenfigur Oder auch so Auch viele schreiben sich immer so auf die Fahnen Oh, das ist ein LGBTQ-Plus-Film Weil da irgendwie eine Figur schwul ist Die fügen die nur ein Um auch dieser Gruppe diesen Film oder diese Serie schmackhaft zu machen Ja, es gibt schon ein, zwei geile Filme und Serien Wo das einfach so ist Und du merkst halt Es wird nicht ausgeschlagen Es ist halt am Rand Und es ist einfach irrelevant sozusagen Weißt du? So soll es ja auch sein letztendlich Dass es egal ist Dass die Person schwul ist Oder nicht schwul ist Bei wem war denn das? Fuck Irgendjemand, der Der gute Ich weiß es nicht genau Shit Was meinst du? Also Theoretisch Wenn du einen Protagonisten schreibst Als Writer Sollte ja Eventuell Egal sein Ob er männlich oder weiblich ist Obwohl es da schon auch Unterschiede gibt Aber erstmal Vom Charakter her Sollte da kein Unterschied sein Und da gab es irgendwie so ein berühmtes Beispiel Der Eine Person, die gute Frauen schreibt Und er hat dann gesagt Ja, weil ich Weil ich Fuck, ich weiß es nicht genau Shit, ich weiß es nicht Weil ich an Männer denke Oder weil er an Männer denkt Ja, nee Eben nicht Also weil er Weil er seine Frauen nicht darüber definiert Dass sie Frauen sind Quasi Weißt du? Aber das wird dir auffallen Wenn du sehr, sehr viele Alte Romane liest Also gerade aus den 80ern Oder solche Geschichten Und Filme Und auch aktuell immer noch Wird dir auffallen Dass es fast immer Männer sind Die die Helden sind Und dann haben die noch eine Frau an der Seite In die sie sich verlieben irgendwie Die aber so eine Nebenfigur ist Und die immer so bei Berg sind Es geht immer doch um Männer Und Frauen sind immer die Die in solchen Dialogen Auch immer sehr passiv sind Ja, in alten Roman sagst du ja Es ist aktuell immer noch so Ja, come on Nee Da gehe ich nicht mit Klar, es wird weniger Es gibt so viele weibliche Heldinnen Und so Es wird weniger Aber die Norm ist es immer noch nicht Xena ist auch schon 30 Jahre alt Weißt du? Das ist echt eine Mega-Ausnahme gewesen Natürlich Pippi Langstrumpf Das ist ein Mädchen Ja und Das ist weiblich Ja, richtig Ja Dennoch Die Norm ist es nicht Pocahontas Ja Du kannst doch mal gucken Ariel Guck mal die ganzen alten Disney-Sachen Geh mal ins Kino oder so Oder selbst im Theater Und guck dir mal Die ganzen Hauptdarsteller an Da sind immer Männer Die Hauptrollen Fast immer Und es sind vielleicht 20% Frauen In den Hauptrollen Ach, das sind geschätzte Zahlen Mach mal Mach mal Filme oder Theaterstücke Beides Ja, Theaterstücke guck ich mir nicht an Du kriegst Kotzen Die sind eh sehr klassisch Theaterstücke Da gab es den Fokus eben Schon immer mehr auf Männer Dass die die Hauptrolle hatten Also gerade Goethe In Griechenland haben ja auch Männer Die Frauenrollen gespielt Einfach weil die besser sind in allem Siehste Und das hast du im Film auch Oder Netflix Guck doch mal deine Die 10 Vorschläge Die du hast Dann siehst du mal Wer ist auf diesen Auf diesen Covern drauf Das sind meistens Männer Ja, aber auch das Kann ja auch sein Dass einfach Prozentual weniger Frauen zum Beispiel Schauspiel werden wollen Im Gegenteil Vielleicht Das weiß ich tatsächlich Es bewerben sich immer An Schauspielschulen Immer mehr Frauen Und Männer werden gerne gesehen Weil die Mangelware sind Ja, aber Nee Du bist da ein bisschen Sehr in deiner Bubble, Tino Ich bin doch Cineast Ich bin Cineast Ich bin Kino-Fan Ja Und Es ist nicht so Die Avengers Wie viele davon sind Männer Wie viele sind Frauen Ja, da gibt's auch viele Spider-Man Batman Ja, die sind halt berühmt So Es gibt genauso Es gibt genauso Wonder Woman Ja Und hier Die eine Die alle hassen Ich kenne mich halt im MCU Leider nicht so aus Also Dieses ganze Avengers-Ding Das Marvel Cinematic Universe Aber auch Sitcoms Alles Männer Scrubs waren die Hauptfiguren Zwei Männer und eine Frau So I'm with your mother Zwei Frauen Vier Männer Ähm Friends waren auch Nee, Friends Waren auch mehr Männer Sex and the City Nur Frauen Eine Ausnahme Hast du noch ein Beispiel? Sabrina Total verhext Ja, okay Ich gebe auf Ja, siehste Barbie Ja Es ist nicht ganz so radikal Wie du sagst Also vielleicht ist es halt 60 zu 40 Prozent Aber ideal 50 Prozent Wäre halt auch Quatsch Das irgendwie Also jetzt dürfen wir Den Film kannst du jetzt Nicht gegreenlighted bekommen Da muss jetzt also Eine Frau drin sein Nein, das auch nicht Aber es fällt trotzdem auf Wenn es 90 zu 10 wäre Würde ich sagen Okay, aber so krass Das ist es auf jeden Fall nicht Auf jeden Fall nicht Das ist wie mit dem Gender Pay Gap Natürlich hat das Alle seine Gründe Und Wie heißt sie denn Hier die erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten Wie heißt sie man Meryl Streep Genau, Meryl Streep Die halt jeden Award mitnimmt Die in jedem dritten Film drin ist Und so Die nimmt jeden Award Als Actress mit Natürlich Es gibt ja auch Männer und Frauen getrennt Inzwischen Ja Und Dennoch gibt es dann mehr Also Und bei den Avengers Die können ja nichts dafür Dass die Comicvorlagen Von vor 100 Jahren Ein bisschen weniger Weibliche Helden haben So Und da gibt es halt auch welche Da gibt es die alte von Vision Scarlet Witch Ich kenne mich halt wie gesagt Da nicht so ganz aus Scarlet Witch Dann die alte Feministin Die so rumfliegen kann Aber gar nicht so viel macht Im Endgame Film Die dann so einen Kurzhaarschnitt hat Wie heißt sie? Ach ist mir auch egal Ähm Hier Black Widow Ja Ich kenne mich da echt nicht aus Mann Die Scheiße Es ist halt tausendmal der gleiche Film Ich sage es sind sogar 70-30 mindestens Ich bin da 60-40 Es ist leicht so Aber das ist auch nicht schlimm Ja was ist schlimm Ich weiß nicht ob das schlimm ist Warum reden wir eigentlich schon wieder Über Männer und Frauen Wollen wir nicht über Chinesen reden Nein doch Wir haben den Bogen geschlagen Dazu Dass man ja gewisse Gruppierungen Bewusst Ähm In Projekte einpflegt Um diesen Markt zu erreichen Ja Und das findest du gut oder Ist auch in China jetzt der Fall gewesen Das hast du ja angesprochen Ja Dass bewusst Chinesen In Hauptrollen Oder Nebenrollen geführt werden Damit die sich in China verkaufen Ja Wir sind also nicht ganz abgeschwissen Aber finden wir das gut Oder finden wir das nicht gut Es macht wirtschaftlich Sinn Weißt du der Punkt ist halt Wenn du einen Mann einbaust Oder eine heterosexuelle Beziehung einbaust Weil du denkst Irgendwie das spricht mehr Leute an Ist das was anderes als Also es Nicht alle heterosexuellen Leute Gehen Genozid An Bevölkerungsgruppen Und unterdrücken ihre Einwohner Weißt du Aber wenn du dich an China anpasst Dann ist das halt nicht so geil Weil China ganz schön viel Dreck am Stecken hat Es ist halt Und weil wir uns China halt Es ist ja nicht so Also im Grunde Haben wir uns super abhängig gemacht Wir nutzen die quasi nicht aus Haha Für billige Arbeit Sondern haben uns von denen abhängig gemacht Und das ist halt Der Punkt der dazu kommt Der nicht geil ist Das ist halt ein großer Unterschied zu Oh jetzt mach ich hier mal Eine heterosexuelle Beziehung rein Weil ich denke Das spricht mehr Leute an Du machst halt Bewusst Fütterst Also du machst halt Ich sag mal Es ist eine wirtschaftliche Entscheidung Das ist wie Wie ein Hitlergruß Machen zu Hitler Obwohl du den eigentlich scheiße findest Ja Nur damit du halt Einen Vorteil davon hast Einen finanziellen Es geht nur um Geld Und das ist nicht gut Ne ist es auch nicht Okay Also musst du einig Sehe ich auch so Also ich kann es halt verstehen Aus einer wirtschaftlichen Sicht Dass man sagt Man will auch die Leute erreichen Das kenne ich ja auch Von Von Wrestling total gerne Von der WWE Dass die auch manchmal Mal bewusst Mal den Europäer pushen Mal jemand Mal vor ein, zwei Jahren War Jinder Mahal So ein Inder War dann mal Also World Champion Und um den indischen Markt Ein bisschen zu befriedigen So Und auch denen zu zeigen Ihr seid uns wichtig Und auch ihr könnt es bei uns schaffen Wenn ihr euch bei uns bewerbt Als Wrestler Das kann auch ein Zeichen sein Auch im Guten Ja Kann es auch sein Kann auch ein gutes Zeichen Hat aber auch wirtschaftliche Gründe Weil ja solche Filme Und andere Projekte Immer auch wirtschaftlich Handeln müssen Es wird ja auch da Noch verzwickter Oder noch beschissener Wenn du Nicht dich nur Im Vorfeld anpasst Sondern auch hinterher Irgendwas zensieren musst Oder sowas Das gibt es ja auch zuhauf Wenn dann China sagt Ey hier Ne Hatten wir ja neulich Mit Quentin Tarantino Zum Beispiel Dass er seinen Film Auf jeden Fall nicht zensieren würde Für den chinesischen Markt Aber wenn es dann halt Hinterher heißt Hier Ne Das geht bei uns gar nicht Oder was wir halt jetzt Die ganze Scheiße haben Mit Blizzard und so Dass große Firmen Irgendwie einzelne Leute rauskicken Weil sie sich nicht Dem Willen von China beugen Wo dann einfach mal Die Meinungsfreiheit in Gefahr ist Die Meinungsfreiheit ist halt Nicht in Gefahr Wenn ich sage Ich möchte ein heterosexuelles Paar In meiner Geschichte haben Die ich jetzt hier schreibe Weil Ich stehe halt einfach auf Frauen Und kann mich da irgendwie Mehr reinfühlen Deswegen Also in so ne Beziehung Deswegen schreibe ich die halt Jetzt heterosexuell Wenn du Co-Writer hast Die sich irgendwie da mehr Mit auskennen Ich weiß es nicht Also ich würde mir jetzt Persönlich nicht zutrauen So hundert Prozent Da mich reinfühlen zu können In so schwulenszenen Dingen Oder so Wenn ich jetzt einen Film Über die schwulenszene mache Und meine Hauptprotagonisten Also klar Im Grunde sind das ja nicht andere Das ist ja einfach nur Eine normale Beziehung Aber vielleicht Sind da doch eins Zwei Aspekte Die ich halt einfach Nicht auf dem Schirm habe Weil ich selber Nicht homosexuell bin Und dann finde ich das auch okay Wenn es halt Prozentual mehr heterosexuelle Leute gibt Gibt es auch prozentual Mehr heterosexuelle Writer Also gibt es auch prozentual Mehr heterosexuelle Beziehungen Aber ich verstehe natürlich Dass es so gut wie keine Wirklich Also gibt es auch Aber das sind dann halt Das meine ich halt Das sind dann die Filme Die sich das so krass Auf die Fahne schreiben Oh wir sind jetzt hier Die Vorreiter Wir machen jetzt hier Mal eine schwule Beziehung Ich finde es halt irgendwie besser Wenn es einfach irrelevant ist So wenn es halt Nicht für groß zum Thema gemacht wird Man kann auch Ohne diese ganzen China-Geschichten Darin zu beziehen sagen Wir möchten ein Ensemble haben In unserem Film Das vielseitig ist Ja Dass wir Männer haben Frauen haben Wir haben Chinesen Wir haben Inder Wir haben Schlümpfe Wir haben alles drin Um alle anzusprechen Ja Da vielleicht als gutes Beispiel Was du nicht kennst Aber ist egal The Last of Us Sollte jeder mal gespielt haben Ähm Ist ja jetzt Oh Spoiler Äh die Elli Die ist auch Ein bisschen lesbisch Das erfährt man aber Erst so richtig Im Add-on Also bisexuell Oder ein bisschen lesbisch Was heißt das Ja also Das Add-on schließt jetzt nicht aus Dass sie auch bisexuell ist Also Also Du siehst halt Dass sie da eine Freundin hat Aber du weißt halt nicht Ob sie vielleicht einfach Auf Kerle steht Deswegen Habe ich sie jetzt so formuliert Aber der Punkt ist Dass es da halt wirklich Genau so gemacht ist Dass es einfach Also es spielt nicht Große Rolle Es ist halt einfach Ne Eine Freundschaft Die dann Quasi zu einer Beziehung wird Egal Spielt es halt mal Das ist sehr gut Und ich bin auch gespannt Weil Elli ist ja jetzt auch Die Hauptperson vom neuen The Last of Us 2 Was dann Wow In einem halben Jahr oder so Endlich mal Rauskommt Ich bin sowas von gehypt Das freut mich Also ich kenne jetzt Vom Namen Aber ich habe es nicht gespielt Sollte jeder spielen Hast du Taschentücher dabei Natürlich Ich muss ganz kurz aufstehen dafür Das ist okay Jetzt sind wir wieder bei Bei schwul und so gelandet China Darf man denn eigentlich Schwul sein in China Das ist ja auch so eine Sache Das hatte ich ja auch schon erzählt Wenn der Taiwanese sagt Wenn der Amerikaner Zum China-Mann sagt Hier Ihr habt ja jetzt Die Homo-Ehe eingeführt Und der sagt Nein haben wir nicht Hä Wieso In Taiwan gibt es die doch Weil Taiwan halt nun mal Unabhängig ist Und das auch international Jetzt immer mehr Leute einsehen Nur China halt nicht So Und das ist aber scheiße Wenn du zum Beispiel In einem Film sagen würdest Ey hier Ich war in Taiwan Das ist ein schönes Unabhängiges Land Dann sagt China nein Und dann musst du das Musst du einen Film löschen Also sie wollen schon Taiwan für sich beanspruchen Aber wollen die Homo-Ehe Davor nicht haben Ja Quasi Ja Sie stülpen das so über Es ist halt schon hart Wenn du dich überlegst China Also China Und Indien zusammen Sind so viel wie der Rest der Welt Das ist schon heftig Also die Chinesen sind ein Viertel der Welt Das ist schon heftig Das ist schon echt heftig Das hatten wir auch mal in der Schule Wenn du alle Menschen in eine Reihe stellst Jeder viert einen Chinese Ja Und deswegen Ist es Theoretisch Wenn man es so betrachtet Ist es gar nicht so Ja so Unerwartend Dass man sagt Okay wir passen uns jetzt da mal ein bisschen an Weil sie sind einfach Die Größen Aber machen wir halt mit den Indern nicht So weißt du Die Inder sind halt nicht ganz so die Hitlers Die sagen hier Find ich nicht gut Schneid das mal raus Die haben halt ihr eigenes Bollywood Ja Aber Ja ist halt einfach nicht geil Es ist nicht geil Ist es auch nicht Aber gibt es noch andere Auswirkungen Auf den Auf den Westen Diese ganzen China Chile Geschichten Denn ich spüre Wenig davon Wir haben ja auch schon Im Podcast gesagt Dass das China-Thema In den Nachrichten Nicht vorkommt Und ich schaue mir auch Die Tagesschau an Und ich erinnere mich gerade spontan nicht An irgendwelche Berichte In der Tagesschau Kann es gegeben haben Wenn ich es nicht gesehen habe Aber Die Tagesschau-Ausgaben Die ich gesehen habe Da gab es keine Kein Kein Beitrag Beitrag über China Also ich will es jetzt nicht alles zu schwarz reden Aktuell ist es ja auch noch Hauptsache Also wir merken es hauptsächlich Wenn es um unsere Unterhaltungsindustrie geht Aber früher oder später Kann das sich natürlich ändern Und es gibt auch so eine große chinesische Firma Die überall ihre Finger drin hat Ich weiß nicht genau Wie sie heißt Tencent oder so Kennst du die? Tencent? Was machen die? Ich gucke nochmal Genau Ich will jetzt nichts Falsches sagen Die sind einfach Das ist eine der größten Firmen der Welt Kennt man halt nicht Weil die Tencent Was ist das? Unternehmen Tencent Tencent Holdings Limited Ist ein Internetunternehmen In der Volksrepublik China Mit Firmenzentrale in Shenzhen Oder in der chinesischen Grenze Blablabla So und Denen gehört halt Quasi mehr oder weniger So alles Warte Ich schau mal nach Unternehmen Produkte Auswahl Wenn ich es gerade nicht Verwechsle So und Wenn so ein Unternehmen halt Immer größer Also das ist natürlich Nicht nur das Aber auch ein Disney Finde ich ja auch nicht geil Wenn es so ein Monopol gibt Ein Monopol Ne Monopole sind nicht gut Ja ob das jetzt halt Wie gesagt Ein chinesisches Unternehmen ist Oder Disney Finde ich ja auch nicht geil Was macht Tencent eigentlich genau Tencent Aktie Blablabla Kassenzone Aber weißt du was da In Chile los ist Was da der Grund ist Da habe ich mich noch nicht So befassen können Du hast mir halt so ein paar Fotos mal geschickt Von aus Chile Oder Screenshots Aber ich habe es nicht Nicht so mich Nicht befassen können Jetzt machst du aber Hier was mit mir Jetzt machen wir hier Themen immer greifend Hin und her Äh Äh Ja also da wird auf jeden Fall Auch für Demokratie Auf die Straße gegangen Kenne ich mich jetzt nicht Perfekt mit aus Aber Da ist halt der einzelne Mensch auch nicht so viel wert Massenproteste gegen Ungleichheit USA sehen Debatte In Chile von russischen Internettrollen Verzerrt Ist die Nachricht Vor sechs Stunden Sehr gut Zwischen Wut Und Tränengas Also es sind auf jeden Fall Sehr unterschiedliche Äh sehr gleiche Verhältnisse Tränengas In China Äh In Hongkong ist ja auch Ganz groß Aber was jetzt Wie genau da die Regierung Aussieht Weiß ich gerade nicht Aber du siehst ja auch An solchen Geschichten Dass du mit solchen Protesten Da viel bewegen kannst Du kannst Wenn du nicht zufrieden bist Mit deinem Regime Oder deinem Deiner Regierung Kannst du durchaus Auf die Straße gehen Ohne gleich Beschossen zu werden Ich meine die Chinesen Hätten ja auch sofort Sofort mit Panzern kommen können Und mit irgendwelchen Geschossen Aber die können Sich auch nicht leisten Dann irgendwie Millionen Leute hinzurichten Ja Irgendwann sind die auch Machtlos Das ist ja die Frage Deswegen ist das alles Ja so kritisch Wenn wir unseren Arsch Hinhalten für China In jedweder Lebenslage So Also Wenn dann ja wirklich Nur mal angenommen China Marschiert jetzt In Hongkong ein Schießt alle nieder So Eine Million Leute Wie geht's dann weiter Sagen wir dann weiterhin Oh ja China Toll Hier Mit meinem Avatar Bitte Nee ich glaube Das wäre tatsächlich So ein richtiges Verbrechen Wo auch die Die UNO Solche Staaten Bündnisse Sagen würden Jetzt reicht's Und wir greifen da ein Okay Fahren wir's zurück Sagen wir China greift ein Und erschießt nur 200 Leute Macht dann Tiananmen Square Massaker Was ist dann Gute Frage Sagen wir dann weiterhin Jo ist cool Eigentlich nicht Aber ich weiß gar nicht Ob es ein Statement gab Bisher von der Bundesregierung Wir sagen ja auch Also nicht wir Aber so International wird ja auch Bei dieser ganzen Uiguren Geschichte Wo jetzt Immer mehr Leute Auch rauskommen Und das ist eigentlich Auch schon seit Jahrzehnten bekannt Mehr oder weniger Dass das halt Okay ist Sagt ja die Gesellschaft an sich Die halten da Alle die Klappe Genau Die halten sich da eher raus Und wollen da nicht Befangen sein Und wollen ihre Geschäftlichen Beziehungen Auch nicht aufgeben zu China Weil die doch sehr wichtig sind Du siehst ja bei jedem Zweiten Artikel Den du kaufst Made in China Ja Und der Punkt ist Natürlich auch Du willst vielleicht Nicht mit so einer 1,5 Milliarden Menschen Nation Einen Krieg vom Zaun Brechen Ja Das verstehe ich alles Aber einfach alles dulden Kann es halt auch nicht sein Ne Wie gesagt Wir haben uns halt Ultra hart von China Abhängig gemacht Wenn wir jetzt sagen Haha ihr Chinesen Wir als Deutschland Wir machen jetzt aber mal Schöne Import Export Sperre hier Da sind wir halt Im Vergleich zur Restlichen Welt Wenn keiner mitzieht Richtig hart am Sack Da können wir kleinen People nicht viel ausmachen Es ist immer so schwer zu sagen Wie jetzt Wie Merkel reagiert Und was Trump dazu sagt Von denen gab es Gab es denn von denen Statements Ich habe es nicht mitbekommen Einmal von der Trump-Administration Gab es schon mal irgendwie Pro Hongkong Irgendwas Ich weiß nicht mehr genau Wie es war Aber Ja Das auf jeden Fall Aber Auch nur so Ja Wir finden das okay Was ihr da macht Macht mal weiter So ungefähr Ja das ist alles Sehr sehr groß Und die Auswirkungen Die stattfinden werden Die können wir noch Gar nicht abschätzen Ich glaube dass Dass sich das in den nächsten Jahren zeigen wird Und wir werden Und es kann sich jeden Tag Was verändern Jeden Tag kann die Chinesische Regierung sagen Wir kommen euch entgegen Und Wir Sagen ja Und Gehen euren Forderungen nach Aber das Kann sich auch noch Ewig hinziehen Ja Ach ich weiß es auch nicht Das ist halt auch Mit der Zeit Ist es einfach Ich habe Ich merke es ja bei mir selber schon Dass es so ein Ermüdendes Ding ist Weil es geht jetzt Vier Monate schon Es ist Es hat für mich Auch mal ein bisschen Aufwand bekommen Weil es halt wirklich Dieses Libanon und Chile Ding ist Wobei die ja nicht Nicht miteinander zu tun haben Aber dadurch spürst du halt Irgendwie Irgendwas passiert Es gibt Parallelen Auf jeden Fall Es ist so Also Die Regierungen Auch in Europa Die werden halt schon Eher immer rechts Immer immer rechter Und wenn dann Irgendwie auf der Welt Leute für Demokratie Und wir möchten Mitsprechen können Auf die Straße gehen Das fühlt sich einfach Ganz gut an Deswegen ist das so ein bisschen Der Gegenpol Und deswegen Das können wir ja auch erwarten Ich glaube wenn jetzt Die AfD An die An die Macht käme Oder zumindest In Regierungsverantwortung Kommen würde Dass wir auch ähnliche Proteste bekommen werden Kann ich mir gut vorstellen Ja Und dann Rollen vielleicht auch Die Panzer auf Ich habe noch eine witzige Story verpasst Im Hauptpodcast zu erwähnen Das passt ja auch hier Ganz geil Die chinesische Regierung Hat zum Beispiel gesagt In Hongkong Haben die ganzen Protestierenden Die Mülleimer Zerstört und weggemacht Irgendwie Also Damit die Stadt halt Vermüllt In Yao Ma Tai Aber tatsächlich Wurden die halt Eingezogen Von der Regierung Und sind jetzt In so einem Riesenlagerhaus So Hier gibt es auch So ein Foto Wie halt Alles voll mit Mülleimern steht Die haben das halt Die Bevölkerung Hat das quasi gemerkt Fanden es ein bisschen komisch Dass jetzt irgendwie Mülleimer Eingesammelt werden Und eine Woche später Hieß es dann Die ganzen Demonstranten Die zerstören unsere Mülleimer Und wollen die Stadt zumüllen Dabei wurden die halt Einfach nur Weggeschafft Ach so Roma Sie haben bewusst Das Gerücht gestreut Dass die Mülleimer Entfernt werden Aber sie waren selber Genau Richtig Die haben es halt Vorher gemacht Alle haben sich gewundert Was passiert hier Und dann hieß es Ey guck mal Die Demonstranten Werden die nicht jede Woche Und so eine Scheiße Die kann man halt nicht Die werden doch ständig Beim Lügen erwischt Ja eben Das ist halt so richtig Richtig schlecht Deswegen Die haben verloren Die haben verloren Die chinesischen Regierungsleute Ja Dann gab es noch eine Sache Da wurde ein Ein älterer Mann Also wirklich irgendwie So 70 Im Rollstuhl Auch mit Pfefferspray Zugesprüht Hier gibt es auch noch ein Bild Da hat er wieder alles gespürt Das war dann Ja Das war die große Überschrift Dafür Das sind diese Diese Rioter Also das Das Bild was ich Ich nur jetzt zeige Da wird ja nicht angesprüht Sondern da helfen Die Demonstrierenden Dieser Person Und Das ist dann halt keine Das ist kein Aufstand Das sind ganz nette Menschen Ein Aufsitz ist das Stimmt Ich sehe halt nur solche Sachen Weißt du Ich sehe zum Beispiel Wie eine Taube Hat aus Versehen Tränengas abbekommen Und dann machen halt Irgendwie so Fünf solche Demonstranten Säubern die Taube Damit die irgendwie nicht abkackt So Und nur solche Geschichten sehe ich Und China sagt Die sind alle böse Die sind alle böse Auch noch unsere Tauben Ja So Aber wie gesagt Ich habe keinen Bock So Also das Das kritisiere ich ja zum Beispiel Auch an so Reißbrett Musik Hatten wir ja auch schon mal Reißbrett Musik Naja Dass du sagst Okay ich mache jetzt einen Hit So Dieterbohlen mäßig Ich muss jetzt ein Lied schreiben Der muss jetzt erfolgreich werden Da ist dann halt ein Unterschied zu Ich setze mich jetzt hier mal hin Habe eine Leidenschaft Bring das zu Text irgendwie Und mache dann irgendwie was geiles draus Musikindustrie gegen Industriemusik Genau Und genau so fühlt es sich halt an Wenn die Leute sagen Okay jetzt müssen wir mal Den schienzischen Markt beachten Jetzt können wir das nicht machen Dafür machen wir das Weil das kommt da gut an Und dann ist es halt irgendwie Keine Kunst mehr Dann ist es halt irgendwie Ein Produkt Also ist Ein Film ist sowieso Ein Produkt irgendwie Aber wenn da Wenn da keine Seele dahinter steckt Dann feiere ich das halt nicht Und deswegen Ja Das ist eben so So eine Anbiederung An den Mainstream Und wenn du den haben willst Und den Erfolg haben willst Dann musst du halt Dein Kunstwerk Was es ja immer noch ist Nach dem Mainstream richten Ja und wenn der Mainstream Uigur Muslims Kaputt macht Ist es halt auch noch Beschissener Noch beschissener Und du hast es ja hier im Radio auch So Leute wie Tim Bensko Oder Noch schlimmer Max Giesinger Die haben halt auf ihren Alben Immer so eine Million Autoren Für ihre Ja Musik Und das ist nicht Damit die Songs besser werden Es ist einfach nur damit Sie erfolgreicher werden Und ja gut Dem Markt angepasst sind Und da wird sich wenig getraut Ja Tatsächlich Es gibt Bands wie Rammstein Oder die Ärzte Die haben so völlige Freiheit Ja die können machen was sie wollen Aber so Künstler wie Max Giesinger Die sind darauf angewiesen Songs zu schreiben Und zu produzieren Die im Radio laufen können Und die Sowohl Oma Gerda Als auch Der kleine Tim Aus dem Kindergarten hören Damit ja ein großer Markt Abgedeckt ist Und du hast aber gerade angesprochen Du hast kurzer Exkurs dazu Ich habe schon so ein bisschen Das Gefühl Der große Ärzte-Hype Ist ein bisschen vorbei Also nicht dass mich das irgendwie Also ist mir jetzt egal Die waren noch lange Nicht mehr aktiv Ich meine nur Also die zwei Songs Die sie veröffentlicht hatten Die haben jetzt nicht so viele Aufrufe Und ich weiß nicht Ob das auch so ein bisschen Dem Zeitgeist geschuldet ist Dass vielleicht der ein oder andere Der früher gesagt hat Ärzte sind geil Jetzt auch so sagt Oh aber Ausländer sind auch Nicht so geil Und deswegen Ich weiß nicht Dass das halt nicht mehr Ganz so ein Zeitgeist ist Die waren ja nicht nur Eine linke Band Die Ärzte Die haben ja Vor Schrei nach Liebe Waren die auch Eine sehr unpolitische Band Die Ärzte waren ja schon Sehr Pop irgendwo Also sehr Ich meine Westerland wird bis heute Rauf und runter gehört Aber Ärzte war halt Zumindest so eine Band Auf die konnte sich irgendwie Jeder einigen Ob das der Hip-Hopper ist Oder der Mettler Irgendwie Ärzte Gegenüber Für alles Ist jetzt nicht von allem Die Lieblingsband gewesen Aber irgendwie Meinten alle Yo Also entweder ist es Ein bisschen Im Zeitgeist geschuldet Oder dass das letzte Album einfach so Scheiße war Wenn ich so Tamagotchi Ich hab's schon Gerne gehört Es waren so Songs drauf Die ich ganz gut fand Ich find alle Songs Die nicht von Farin sind Scheiße auf dem Song Äh auf dem Album Ich mochte noch von Rott Dieses Ähm Find ich gut Wie hieß denn das Angekumpelt Angekumpelt Das ist auch so ein Scheißwort Nichts ist mehr gut Nichts ist mehr gut Oder wichtig Äh ja Es gibt kein Schlecht und auch kein richtig Quattro Von Quattrofilia Ne 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 Das war schon ein Album Song Irgendwie Ich find das gut Oder find ich gut Irgendwie sowas hieß das Und den mochte ich schon ganz gerne Ich find das gut Ist das nicht ein Farin Song Auch find ich gut Aber es gibt auch noch Diesen Ärzte Song Okay Ich komm grad nicht drauf Wie er heißt Ja ich seh es ähnlich Also ich glaube auch Dass die Ärzte so ein bisschen Ihren Ihren Zenit schon lange Überschritten haben Und dass ich glaube Dass die Leute das nicht mehr So hören wollen Ja das ist für mich Ein Unterschied Also Die waren auch zu lange Nicht mehr aktiv Also ein Farin Urlaub Ist für mich jetzt nicht Irgendwie schlechter geworden Seine Solo Alben und so Und wie gesagt Auf dem letzten Album Seine Songs fand ich auch geil Ähm Die sind halt vielleicht Auf dem letzten Album Ein bisschen zu sehr Also die zwei neuesten Songs Finde ich geil Muss ich sagen Aber Sind auch Farin Songs Ja Aber Mann ich weiß auch nicht Auf dem Album hat es sich mehr angefühlt Wie drei Solo Künstler Wo jeder halt so seinen Scheiß macht Und nicht eine Band Aber Ich wollte eigentlich nur mal Ganz kurz drauf eingehen Jetzt reden wir schon wieder Über die Ärzte Oh das juckt die ganze Zeit Leute Es juckt so hart Ich muss hier irgendwie mal Das Fenster aufmachen Bist du allergisch Auf irgendwas hier Ja Heizungsluft Ah Trockene Räulige Heizungsluft Ja kann ich verstehen Na Tino wie geht's Ja fantastisch Mach mal das Fenster auf Rede Rede zum Volk Ja die letzten 10 Minuten Schaffe ich hier schon noch Ja es Zieht ein bisschen Aber Ach es zieht ein bisschen Oh ja Tino Wir können es nicht jedem recht machen Du warst das Du hast ja nämlich auf fast vier Du hast die Heizung auf vier hochgedreht Die Heizung ist a voller Staub Auf den ich reagiere Und b wird die Musik Äh wird die Wird die Musik Die Musik in diesem Raum Wird hier so trocken Dass mir die Nasenscheidewand explodiert Ja sag doch was Jetzt ist es auch wieder auf zwei Oh okay Hier in diesem kleinen engen Studio China, Schiele, Schiller Also wollen wir noch kurz Auf Schiller eingehen Schiller ist auf jeden Fall Der bessere Äh Von den beiden Dichtern Goethe ist einfach Er war ein kleiner Mann Auf dem Podest Ist er aber genauso groß wie Schiller Da geht es um die Künstlerische Größe Bla 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 Uncool Schiller hat viel kürzere Lebensdauer gehabt Hat in dieser Zeit Viel größere Und viel bessere Und ungefähr Ich glaube Quantitativ Gleich viel geschrieben Weil Goethe war Die ganze Zeit Nur mit Frauenbumsen Und so beschäftigt Ganz großer Quatsch Schiller ist der Held Naja also Schillers Werke An sich Kann man Als Besser Bezeichnen Literarisch Inhaltlich Vielleicht Ach Da gehe ich mit Aber meine Vermutung Ist ja Und ich habe auch Vor zwei Jahren Eine Demo Hier organisiert Die hieß Goethe gab es nicht Okay Und ich glaube Goethe gab es nicht Es gibt kein Foto Von Goethe Und Schiller Gemeinsam Und ich glaube Dass Schiller Dass sein Erfolg Abgeflautet ist Und er hat seine Trivialen Werke Als Goethe Veröffentlicht Und deswegen trivial Weil sogar Hauptschüler An der Schule Faust interpretieren können Oder auch müssen Und dann wurden Goethe's Werke So erfolgreich Dass Schiller Seinen eigenen Tod Inszeniert hat Weil Schiller ist ja Früher gestorben Hat dann als Goethe Weitergelebt Und hat dann Den Erfolg Damit gefeiert Hatte Schiller Nicht irgendwie Eine Lungenentzündung Oder irgendwas Ganz Schlimmes Hat Blut gehustet Ist dann verreckt Jämmerlich Ich hab sogar Es ist kein Spaß Ich habe Insider-Informationen Aus dieser Zeit Es war kein Spaß Nein Ich hab mich Mit einer Adeligen Unterhalten Vor kurzem Die so Weit entfernt Mit Schiller Verwandt ist Oder sein könnte Das ist noch nicht Ganz geklärt Und sie hat gesagt Ich will auch Keinen Namen nennen Das Gehe ich jetzt einfach Schillers Stammbaum runter Da finde ich die Naja es ist ja Noch nicht ganz geklärt Aber sie sagte Es gibt Gerüchte Auch Berechtigte Dass Goethe Schiller Vergiftet hat Oh shit Die haben sich nie So richtig verstanden Ist das eine Verschwörungstheorie Weiß ich nicht Ob das schon so weit geht Aber Schiller Zu der Zeit Konnte man Tod Und noch nicht so gut Bestimmen Woran sie gestorben sind Nicht so gut wie heute Da gehe ich mit Und es gibt einfach Sehr viele Seltsame Fakten Zum Tod von Schiller Und Goethe Mochte ihn nicht Sonderlich gut Und Es kann sein Dass da was dran ist Ich wollte es nur mal Angesprochen haben Ja aber also gut Da würde ich gerade sagen Eine Verwandte von Schiller Würde das am ehesten sagen Ja also Entfernt verwandt Und es ist nicht ganz klar Also eigentlich glaube ich Aber sie ist sehr beadlich Hat sehr berühmte Vorfahren Ähm sie heißt doch Von irgendwas Und da haben wir uns dann Darüber unterhalten Okay Und ihr Großvater Hatte auch Vergiftet Möglicherweise Es gibt das Gerücht Also ich finde es nur fair King's Langhaar Ausgabe Aha Das ist ja hart Davon habe ich auch noch nichts gehört Sag ich jetzt auch nur Damit die Podcast-Hörer wissen Dass sie sowohl den Hörerwunsch Als auch den Brennpunkt hören müssen Um völlig up to date zu sein Also Little Britain habe ich bestimmt Zehn Jahre nicht gesehen Aber fand das damals immer ganz witzig Geile Serie Aber ist das heute auch noch gut Also ich kann mir vorstellen Wenn ich es mir heute anschaue Dass ich es echt dumm finde Ich weiß es nicht Naja sie hatten ja nicht nur Es war schon immer Sehr oft der gleiche Witz So Haha Aber immer wieder witzig Auch neue Figuren Jede Staffel Ja Nein da gab es auch noch Dann Little Britain in den USA Und Abroad ja Oder abridged Abroad gab es genau Und es gab noch Come Fly With Me Okay Da haben sie so eine So eine Fake-Doku gemacht Über einen Flughafen Auch mit verschiedenen Charakteren Und das war auch so witzig Und ich liebe es Und Ich würde gerne von den Figuren erzählen Aber es wäre jetzt zu viel Aber Come Fly With Me Von den beiden Das ist so großartig Okay Comedy Gold Ich liebe die beiden Kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen Was heißt Anekdote Ich bin gerade einfach raus Aber ist egal Eine Geschichte Ja es ist keine Geschichte Es gibt einen Film Mit Mats Mikkelsen Guter Schauspieler Der spielt ja auch Hannibal Ich weiß gerade nicht wie er heißt Er ist auf jeden Fall ein Netflix-Exclusive Und da spielt der Dickere Von den Little Britain Leuten Der spielt da einen Ein Bösewicht Und das macht er sehr interessant Also Es ist quasi die düstere Version Von ihm in Little Britain Und es ist sehr absurd Also kann ich empfehlen Das sind beide skranjose Schauspieler Polar heißt der Film Polar Polar Ja Und da ist Mats Mikkelsen Ein Auftragskiller Und muss gegen so eine Suicide Squad quasi antreten Und der Oberschurke Ist Computer sagt nein Gibt es eigentlich auch Eine gute Comedy Szene in China China Um das zu Ende zu bringen Eine gute Comedy Szene Eine Comedy Szene in China Ach die Szene an sich Ja So eine Stand-Up-Comedians Also es ist keine Filmszene Sondern eine Comedy Szene in China Sagt mir nichts Aber bestimmt gibt es da irgendwas Hm Ich weiß es nicht Das ist auch so eine Sache Die ich immer Ein bisschen ausblende Ich bin ja ein großer Jackie Chan Fan Und seit Jahr und Tag Ist bekannt Dass der Privat Jetzt nicht so die geile Person ist Also zum einen Dass er irgendwie Seine Frau betrogen hat Und so Und irgendwie seinen Sohn Nicht geil findet Und ich weiß es nicht Irgendwas mit seinem Sohn Ich weiß es gerade wirklich nicht Hey Sohn Ich finde dich nicht geil Ja genau Aber das sind alles Sachen Wo ich sagen kann Okay mein Gott Dann macht er halt In seinem Privatleben So ein Schitt Aber er ist halt auch So ein richtig Urtreuer Chinese Communist Party Typ Hm Und das ist irgendwie Wenn du halt als Chinese Aus China kommst Wenn du als Chinese aus China kommst Dann bist du völlig raus bei mir Also dann Dann bist du bei mir unten durch Nein Was ich sagen will Wenn du aus China kommst Dann in Hollywood lebst Und da Die ganzen freiheitlichen Vorzüge genießt Und dann sagst Oh hier Die ganzen in Hongkong Das gefällt mir nicht Und so Weißt du Kämpft man nicht für Freiheit Die ich hier die ganze Zeit genieße Während ihr in eurem Land Da irgendwie Nur ein Kind haben dürft Okay das wurde jetzt gelockert Aber ist trotzdem richtig dumm Das war wie mit den Mit den Türken in Deutschland Die auch für Erdogan gestimmt haben Und die die Freiheit hier genießen In Deutschland Und dann aber ihren türkischen Kollegen Da in der Türkei Dann vermitteln Hier Lebt ihr immer schön in der Diktatur Ja genau sowas Das finde ich halt nicht so geil Ich finde ihn Also der wirkt halt so sympathisch Immer in den Filmen Und auch in den Outtakes Deswegen fällt dir das schwer Das alles so anzunehmen Aber es ist halt wirklich Du hörst nichts anderes Also du hörst eigentlich Sehr wenig Positives über ihn Alles was in diese Richtung geht Der kann natürlich trotzdem irgendwie Wenn du den so triffst Ein netter Mensch sein erstmal Aber die Ansichten halt Genau die Ansichten Und dieses Ja ist egal Wollte ich jetzt auch nicht Zu sehr drauf eingehen Aber Man denkt ja immer so Als Fan von irgendwas Dass diese Person auch Die gleichen Ansichten hat Wie man selber Und hofft das dann Ja Da kommt raus Der wählt FDP Und dann bist du so Er hat sich ja auch So ein Image aufgebaut Weil ich glaube Der hat irgendwie über 100 Filme gemacht Und vielleicht in zwei Dreien Spielt er überhaupt einen Bösen So er ist halt immer Diese rechtschaffende Figur Und das ist schon Das macht ja auch was mit dir Und ich habe so viele Filme Von ihm gesehen Ich feiere das richtig hart Und das ist ja auch das Gute an mir Ich kann Kunst und Künstler trennen Tun nicht so sehr Ich kann das auch weiterhin Super genießen Hätte leider auch tolle Postkarten gemacht Keine Frage Ich mag einfach seine Seine Filmpersona Ist ja auch okay Tom Cruise zum Beispiel Ist auch ein mega krasser Schauspieler Der ist halt ein Weltstar Aber der ist halt ein völliger Vollhunk Mit seinem scheiß Scientology Müll Trotzdem ist er halt mega gut Und macht seit irgendwie 30 Oder fast 40 Jahren oder so Ich glaube 40 Jahre Also 35 vielleicht Macht er halt nur Hits Also der hat fast keinen Film Der irgendwie scheiße ist Der delivert halt immer so Aber er ist halt ein völliger Volltrottel Ich habe auch eine Jacke mit Von Randy Orton Einem Wrestler Den ich auch voll gern mag Als Person im Ring Aber der ist wohl privat auch so Für Waffen für alle Und so Und sagt auch Man kann Armer Gläufer und Terroristen Nur mit Waffen bekämpfen Wenn man selber welche mit sich führt Alles ein bisschen schwierig Ja Aber man kann das schon So ein bisschen trennen Sagen es jetzt keine Krassen Neonazis sind Und Genozidbefürworter Ist es ja noch irgendwie Okay Ja Das macht ja auch Den Meinungspluralismus So ein bisschen aus In vielen Dingen Hat auch seine Grenzen Wie gesagt Finde ich Ja Seine Grenzen hat auch China Die gehen aber Außen Also nicht einschließend Um Taiwan und Tibet drumherum Ja Damit sind wir auch Am Ende gekommen Am Ende angekommen Wir haben noch Anderthalb Minuten Wie fand es die Woche Wir müssen mal sehr Selbstkritisch sagen Dieses Thema hat uns schon An unsere Grenzen geführt Wir merken manchmal Dass man Wenn man so ein Thema liest Und dann heißt es Wir reden darüber eine Stunde Ist es gar nicht so einfach Also ich hätte da schon Noch länger drüber reden können Aber ich würde mich jetzt Auch nicht zu krass wiederholen Also wir haben halt so viel Wirklich zu China und Hongkong Jetzt in den letzten Wochen Im normalen Podcast gesagt Und da habe ich jetzt Schon bewusst versucht Wenn dann Sachen anzusprechen Die jetzt noch nicht Tausendmal gesagt wurden Schließlich wird hier Für Geld bezahlt Ja also bitte Also ich sehe es immer So ein bisschen als Als roten Faden Dass man immer so zurückkehrt So zu diesem roten Faden Und man sich um dieses Thema So rumschlängelt Klar wir konnten Bei Pokémon Könnte man eine Stunde reden So ohne abzufallen Vom Thema Aber sowas wie jetzt China Oder jetzt auch demnächst Wahrscheinlich Mieten Und solche Geschichten Eigentum und Besitz Eigentum und Besitz Da können wir uns auch Kann ich mir vorstellen Dass wir auch ein bisschen Abschweifen werden Ja ich möchte zum Beispiel Einen Menschen kaufen Ah toll Jetzt stell es sich mal vor Wir müssen jetzt mal Als Teaser für den nächsten Hörerwunsch Ja Wenn du die Möglichkeit hättest Und es ist gesellschaftlich Absolut anerkannt Menschen für dich arbeiten zu haben Und du den nicht mal bezahlen musst Das klingt schon gut oder Erstmal im Vakuum Nicht nett Ich weiß Aber es ist schon Schon geil Da habe ich Ja Die Frage ist Ich würde die ja gut behandeln Macht das die Person Freiwillig Freiwillig ist die Frage Natürlich nicht Achso Ich rede hier von Sklaverei Menschen kaufen Aber dazu im nächsten Hörerwunsch mehr Kann nur gut werden Leute Ich denke auch Gut Dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuhören Vielen Dank fürs Kaufen Vielen Dank an Greywolf Der wieder mal spendabel war Auch wenn ihr ein Thema habt 20 Euro spenden Per Paypal Der Link ist in der Videobeschreibung Exakt Wir reden über jedes Thema Was ihr möchtet Ja Und jetzt muss ich aber langsam heim Und aus dieser Trägigen Kranzluft aus Die Tilo Wir hier erscheinen Tschüssi Ciao Ciao